Hallo und herzlich willkommen zur letzten und finalen Ausgabe von Handball, das Magazin auf KRONE TV. Wir sind zu Gast beim HC Linz, der völlig verdient HLA Meisterliga Champion geworden ist. Am vergangenen Mittwoch haben sie sich in einem Herzschlag-Finale in Hart durchgesetzt und das freut mich ganz besonders mit Manager Uwe Schneider und dem Spieler Moritz Bachmann die vergangenen Wochen und Monate ein wenig aufzuarbeiten. Wir sehen hier auch schon die wunderbare Trophäe, lieber Uwe, wenn du die anblickst, was geht dir auch eine Woche danach durch den Kopf? Ja, Gänsehaut, also das Spiel in Hart hat mir sicher ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Nach 28 Jahren den Pokal wieder in Linz da haben, ist natürlich eine großartige Geschichte für unseren Verein und von daher, ja, das wird glaube ich für mich persönlich auch unvergesslich bleiben. Wie hast du, lieber Moritz, diese Finalserie grundsätzlich miterlebt? Wie viele Emotionen waren im Spiel und wie schön ist es, dass man die Saison dementsprechend abschließen konnte? Also, ich würde sagen, Emotionen pur. Das war was seitens des Vereins, von der Mannschaft und aber auch von den ganzen Fans, Familienfans dabei war. War unbeschreiblich, wie es der Uwe gesagt hat, das ist Gänsehaut. Wir haben in Hart am Mittwoch 100 Leute mitgehabt. Das ist, was Schöneres gibt es eigentlich nicht als Sportler. Jetzt hast du diese 28 Jahre auch angesprochen. Ich glaube, für die Stadt Linz auch ein ganz besonderes Ereignis. 1996 war der letzte Meistertitel vor Einführung der offiziellen HLA-Meisterliga. Welche Bedeutung hat das, glaubst du, auch für Oberösterreich und für die Hauptstadt? Ja, es ist großartig für unsere Stadt, für unser Land, dass wir diesen Pokal wiederholen haben können. Es ist so, wir waren früher eine Handballhochburg in Linz, dann hat es bis Anfang der 2000, da waren wir noch ein paar Mal im Finale und dann ist leider die Türe-Phase gekommen. Da hat es ganz viele Partner, Sponsoren die Stadt und so weiter gegeben, die immer an uns geglaubt haben. Für die freut es mich ganz besonders, dass wir jetzt diesen Pokal wieder geholt haben und natürlich eine große Geschichte für die Stadt und für uns als Verein. Jetzt sind es doch schon ein paar Tage her, seit diesem Finalspiel. Man weiß auch, es wird natürlich gebührend gefeiert. Moritz, gib uns einen Einblick, wie waren die letzten Tage, wie intensiv war es und geht es nach wie vor feierlich weiter? Ja, wir haben einmal gleich nach der Halle die lange Heimfahrt gehabt und haben natürlich gebührend gefeiert im Bus, wobei die Kräfte nach so einem Spiel waren, waren schon sehr mau, würde ich mal sagen. Aber dann am nächsten Tag haben wir sich als Mannschaft getroffen, gemütlich würde ich sagen, bis 12 Uhr zusammen gefeiert und das aber schön haben wir den Tag auch ausklingen lassen und dann war eben die große Meisterfeier und da haben wir doch ein bisschen länger auf die Türe gedrückt, aber mit dem ganzen Verein und der ganzen Mannschaft haben wir dann gefeiert. Auch Uwe, du warst wahrscheinlich im Mittelpunkt mit dabei, hast natürlich auch diesen Erfolg einzuordnen gewusst. Wie hast du die Feierlichkeiten miterlebt? Ist die Leber strapaziert worden? Meine Leber ist schon auch strapaziert worden, aber am meisten am ersten Tag noch im Bus. Also da muss man dann dazu sagen, dass am Donnerstag und Freitag viel zu organisieren war und dass ich da natürlich auch fit habe sein müssen und es gehört natürlich auch dann eher den Spielern, die sind noch besser beieinander wie ich und die sollen das genießen und zurecht genießen und mein Part war dann, dass ich den Rest alles organisiere, aber am Mittag habe ich es auch kochen lassen. Im Laufe unserer Übertragungen haben wir immer wieder betont, dass es zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zu einem dritten entscheidenden Spiel in der Finalserie gekommen ist. Moritz, wenn man das erste Spiel jetzt mal heranzieht, diese klare Niederlage in Hart, gib uns dann nochmal einen Einblick in die Emotionen, in das Innenleben wird sich das angefühlt 1 zu 0 zurückzulegen und zu wissen, man muss zu Hause zünden. Ja, es war schwer das erste Spiel. Wir waren grundsätzlich die längste Zeit auf Schlagdistanz immer mit zwei, drei Toren, aber da war hart einfach besser. Sie waren abgeklärt und wir haben einfach nicht das Zeug dazu gehabt im ersten Spiel und das war natürlich dann ernüchternd auch nach Hause zu fahren, aber wir haben diese Aufgabe aufgenommen, haben brav wirklich trainiert und uns da auch noch mehr reingeschweißt und haben gesagt, wir wollen ein drittes Spiel erzwingen und das zweite Spiel war dann unglaublich. Also ich habe selten sowas erlebt, wie die Mannschaft da an sich geglaubt hat und diese Pluself, das war dann auch so eine Befreiung, die glaube ich auch den Weg fürs dritte Spiel dann geebnet hat. Uwe, wie hast du das von außen miterlebt, diese perfekte Vorstellung eigentlich gegen den Titel Aspiranten Nummer 1, hat es schon angesprochen, plus 11 zwischenzeitlich gegen hart am Ende, hat man dann glaube ich plus 8 gewonnen. War das einfach der perfekte Tag für Linz und inwiefern hat auch das Publikum dazu beigetragen, dass die Mannschaft so beflügelt aufgespielt hat? Ja, also ich bin jetzt seit 1.1.1998 beim Verein und ich habe noch nie ein cooleres, ein geileres Handballspiel bei uns in der Halle erlebt und das war echt von der ersten bis zur letzten Minute überragend von der Mannschaft, überragend was in der Halle los war, die Stimmung auch nach dem Spiel und so weiter, da ist jeder mit einem Lächeln ausgegangen und von daher ein großartiger Tag für unseren Verein, ja. War das dann auch quasi so, jetzt erst recht Mentalität, dass man sagt, man fährt nach hart und will quasi Nägel mit Köpfen machen, wie war dann auch die Spielvorbereitung auf dieses finale Spiel, wohl wissend, dass man das erste Spiel in Vadelberg verloren hat? Eigentlich sehr ruhig, wir haben einen Tag frei gehabt, was ich noch weiß, haben dann Videoanalyse natürlich gehabt, es sind kritische Worte auch gefallen, aber das nur ganz kurz. Man hat vor dem Familienwohnwerk eher so an das eigene Vertrauen appelliert und einfach an die alten Stärken zurückerinnert, was wir dann auch abgeliefert haben und dann im Hinblick auf das zweite bzw. dritte Spiel haben wir noch fokussierter daran gearbeitet und auch die Vorbereitung seitens des Vereins war wirklich 100%, also man hätt's nicht besser machen können. Diese Auswärtsfahrt Nummer 2 nach Vadelberg, Uwe, wie hat es in deinem Kopf ausgesehen, unmittelbar vor Spielbeginn, was ist dir durch den Kopf gegangen, wie viel Vertrauen hattest du in die Mannschaft, dass sie in hart bestehen kann? Ja, ich habe immer grundsätzlich sehr hohes Vertrauen in unser Trainerteam und in die Mannschaft und da wir einen Tag früh angereist sind ins Ländle, war ich da natürlich auch ziemlich nah dran, was nicht immer der Fall ist, aber ich habe halt die Mannschaft erlebt und von daher war mein Vertrauen eigentlich von Anfang an groß. Also meine Frau hat mich dann kurz vor dem Spiel angerufen, dass sie jetzt dann auch da sind und sie hat gefragt, ob ich angespannt bin und da habe ich gesagt, ich bin schon angespannt, aber irgendwie habe ich ein ganz richtig gutes Gefühl, also heute, das wird was und ja, da hat mich irgendwie mein Gefühl nicht enttäuscht. Jetzt wollen wir diese 70 Minuten, die es letztendlich dann auch gegeben hat, in hart nochmal ein bisschen zerstückeln bzw. wissen, wie es sich auf der Platte anfühlt. Das war immer so ein bisschen ein Hin und Her und gegen Ende der regulären Spielzeit war es ja eigentlich schon mit eineinhalb Händen am Pokal dran. Wie waren diese letzten Minuten aus deiner Sicht auf der Platte, wo Hart dann nochmal die Verlängerung erreichen konnte? Schwer in Worte zu beschreiben, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir holen uns das wirklich. Also ich persönlich, ich oder wir wollten das so sehr, wie wir dann die Minus 2 in der Verlängerung gehabt haben. Es war natürlich bitter, dass wir dann in den letzten 10 Minuten ein bisschen einen Einbruch gehabt haben mit vielen verworfenen Bällen dann. Die Kommentatoren haben gesagt, wir haben nicht mehr die Kraft im Wurf angehabt. Die Harder haben es uns auch verdammt schwer gemacht, muss man sagen und dann auch verdient in einer Verlängerung sich gerettet. Und dann haben wir einfach zurückgeschlagen. Wir waren zwar Minus 2, aber haben uns nicht beirren lassen und durchgezogen bis zum Schluss. Diese angesprochene Situation, wo Hart dann in der Verlängerung mit zwei Treffern in Führung gelegen ist. Was geht da einem Funktionär, einem Manager durch den Kopf? Wie viel Glaube war da noch vorhanden, weil man natürlich auch gemerkt hat, dass die Halle zu brodeln beginnt. Ja, der Glaube war noch immer da, aber er hat natürlich schon ein paar Kratzer bekommen. Also da bin ich ganz ehrlich. Es hat sich irgendwie so angefühlt, jetzt läuft gerade irgendwie alles gegen uns und Gott sei Dank haben wir dann in der ersten Hälfte der Verlängerung nur auf Unentschieden gestellt und haben dann den Beugler wieder gehabt. Und dann, ich habe fast gar nicht mehr hinschauen können, ich habe mich dann zum Teil da hinten in dem Gang verkrochen und habe nur mehr auf unsere Fans geschaut, ob die jubeln. Also das war für mich dann schon so, da war dann die Anspannung schon wirklich enorm. Aber ja, also von daher glaube ich, dass es ganz entscheidend war, dass wir gleich in den ersten fünf Minuten der Verlängerung zurückgekommen sind, weil in den zweiten fünf Minuten wäre es dann schwierig geworden. Mit dem Schlusspfiff sozusagen, wie waren die ersten Reaktionen, die ersten Gedanken auch in deinem Kopf? Realisiert man das im ersten Moment? Wie lange hat es gedauert, bis man wirklich kapiert, man ist Meister in diesem Jahr? Ich glaube, die ganze Mannschaft hat schon gejubelt. Ich bin nur vorangestanden, weil wir noch den letzten Freiwurf gehabt hätten und der Schiedsrichter fragt, so wollt ihr den ausführen? Und ich so, sicher nicht, den Ball lassen wir liegen. Und dann ist schon abgegangen, gleich zu den Fans gestürmt, die auch quasi das Spielfeld gestürmt haben. Es war dann ein Trubel, ein Durcheinander, ein buntes, aber es war Emotion, Herz, Freude. Ich glaube, die Hälfte der Mannschaft hat dabei sogar geweint, weil es so viel Befreiung da war und weil wir was erreicht haben, eben nach diesen 28 Jahren, was wir dem Verein zurückgeben wollten für die letzten paar Jahre und da kommt so viel hoch. Das ist wunderschön einfach. Jetzt haben wir uns auch im Vorfeld über die Fairness im Handballsport unterhalten. Wird, glaube ich, ganz groß geschrieben, nicht nur in Österreich, sondern generell, was diesen Sport umfasst. Die Harder-Reaktion hat dir doch imponiert. Sie haben sich da sehr professionell gezeigt. Wie hast du die Situation miterlebt? Und ist das quasi auch ein Vorbild vielleicht für andere Sportarten? Muss auf jeden Fall ein Vorbild sein. Also an dieser Stelle großes Danke und an die Kollegen in Hardt. Ich habe dann auch noch nach Spielende da gesprochen. Ich weiß, wie schwierig das ist, bei einer Niederlage ein Podest aufzubauen und dementsprechend das würdig zu gestalten mit Wir, die Champions und wie alle Lieder heißen. Und von daher ein großes Lob an das ganze Team in Hardt, an die Fans in Hardt. Also das ist großartig, zeichnet unseren Sport aus und das sollte wirklich Vorbild sein für viele. Und ich glaube, dass viele Kinder, die am Mittwoch in Hardt waren, da gesehen haben, wie respektvoller Umgang in der Niederlage geht und wie man das macht. Und von daher wirklich ein großes Kompliment. Und am Ende ein riesengroßes Märchen für den HC Linz. Nach einer kurzen Werbepause blicken wir auf einzelne Personalien dieser genialen Truppe und schauen dann auch noch auf die Möglichkeit, weitere Linzer ins Nationalteam zu bringen. Und zu guter Letzt blicken wir auch noch auf die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Handball, das Magazin weiterhin in den inneren Räumlichkeiten des HC Linz. Mit Manager Uwe Schneider und auch noch Spieler Moritz Bachmann. Servus. Jetzt haben wir über diese Finalserie gesprochen, die Emotionen, das, was vielleicht auch der Stellenwert für die Stadt dann auch darstellt. Wir wollen zu einzelnen Personalien dann auch gleich kommen. Aber grundsätzlich auch noch einmal wissen, Uwe, der Grunddurchgang war nicht das Gelbe vom Ei. Man hat den Grunddurchgang als Achter abgeschlossen. Die Personallage war auch eine andere. Hast du dann trotzdem das Gefühl gehabt, die Spieler kommen nach und nach zurück und man kann wirklich von einer konkurrenzfähigen Mannschaft sprechen? Ja, den Grunddurchgang muss man ein bisschen differenziert betrachten. Bis zur Weihnachtspause waren wir, glaube ich, Platz 4 auf Schlagdistanz, waren relativ gut unterwegs, haben unsere Punkte gemacht. Von daher war alles in Ordnung. Dann ist die sehr erfolgreiche Handball-Europameisterschaft gekommen. Und wir hatten dann anschließend einfach Probleme. Sei es Verletzungen, sei es, dass wir dann gleich mit einem schwierigen Spiel in Hart gestartet haben. Dann zu Hause gegen Tirol. Also vom Spielplan her auch, sage ich mal, nicht begünstigt. Wir waren uns dann irgendwie in eine Negativ-Spirale gekommen, die wir irgendwie nicht stoppen haben können. Also die Mannschaft hat dann ein, zwei Leistungen gebracht, mit denen wir nicht einverstanden waren. Auswärts in Bernbach und zu Hause die zweite Hälfte gegen Bregenz, das weiß ich jetzt noch. Und haben aber im Verein die Ruhe behalten. Also wir haben gewusst, ja, okay, es kommen einige Spieler zurück. Wir wissen, dass wir, wenn wir in Vollbesitz unserer Kräfte sind, von unserer Mannschaft, dass wir da zu groß und fähig sind. Und haben dann nicht irgendwo den Zampano auszuhängen lassen und haben jeden dann niederbügelt. Also das wäre, glaube ich, konträr gewesen. Und das hat uns schlussendlich auch recht gegeben, weil in den Finalspielen hat es dann einfach super funktioniert. Höhen und Tiefen, Moritz, waren dabei in diesem Grunddurchgang. Er hat schon angesprochen, zwei bittere Niederlagen, über die man gesprochen hat. Aber unter anderem auch ein Heimsieg über Hart. Also man hat zwei Gesichter gezeigt. Wie hat es sich mental auch angefühlt, von diesem Loch, was er angesprochen hat, sich wieder zu befreien? Wie hat das Mannschaftsintern funktioniert? Es ist einfach der Charakter der Mannschaft gefragt gewesen und den haben wir auch aufgezeigt. Es war bis Weihnachten eigentlich eine gute Saison. Nicht sehr gut, aber gut. Dann sind wir eben in dieses Loch hineingefahren. Der Flo Kuyper mit OP. Ich mit Bänderriss im Knöchel. Drei Monate ausgefallen. Aber das hat der Trainer und unser Ärzte- und Physioteam super geregelt. Sie haben uns die Zeit gegeben. Auch wie es eng geworden ist, aber trotzdem. Wir haben uns dann qualifiziert und dann haben wir... Irgendwie ist dann so eine Aufbruchstimmung wieder in der Mannschaft weg gewesen. Hey, wir sind in die Playoffs. Jetzt zählt. Und so wie letztes Jahr. Jetzt fahren wir da drauf. Und heuer lassen wir sie einfach nicht stoppen. Eine entscheidende Personalie, Uwe, ist mit Sicherheit auch der Trainer. Milan Muniak hat schon im Vorjahr bewiesen, dass er die Linzer zumindest ins Finale bringen kann. Jetzt hat er das Ganze auch noch vergoldet. Was verbirgt sich deiner Meinung nach hinter seinem Talent? Was hat er vielleicht auch für Herangehensweisen, um seine Spieler zusätzlich begeistern zu können? Ja, der Milan ist sicher ein großer Teil dieses Ganzen. Und er hat... Meiner Meinung nach ist er sehr ruhig in vielen Situationen. Obwohl ich von ihm persönlich weiß, dass es innerlich sicher auch zum Teil anders aussieht. Er streut diese Ruhe dann auf die Mannschaft aus. Und was er meiner Meinung nach überragend kann, ist, dass er den Spielern das Vertrauen gibt. Der verlangt jetzt nichts Unmögliches von ihnen. Aber er vertraut ihnen da einfach in seiner... Gibt natürlich den Plan, den Gameplan und alles Weitere vor. Mit sehr viel Vertrauen und kriegt das Vertrauen dann auch zurück. Wenn man ihn dann einmal enttäuscht, glaube ich, ist er sicher auch... Kann er sehr unangenehm werden. Aber solange du die Sachen, die ausgemacht sind, befolgst, wirst du mit ihm sehr viel Freude haben. Vor allem, wenn man bedenkt, in einer Playoff-Serie Handball Tirol die Fivers und zuletzt dann eben auch noch hart auszuschalten, ist nicht selbstverständlich. Wird sich vielleicht auch die Trainingsarbeit in den Playoffs verändert? Hat er einen anderen Zugang vielleicht gehabt, weil er gewusst hat, jetzt geht es wieder ums Eingemachte? Durchaus. Es war auch bitter nötig, dass wir dann das ein bisschen ändern. Besonders, wenn man so viele Spiele in so kurzer Zeit hat, haben wir mehr auf Taktik wiedergesetzt. Weniger auf Laufen, Laufen, Laufen. Es hat uns zu dem geformt, was wir dann worden sind. Und auch diese letzten Kleinigkeiten, die eben in dieser schweren Phase nicht gestimmt haben, haben dann wieder den Umschwung gefunden und haben geklappt einfach. Und das ist ihm halt geschuldet, dass er uns da wirklich darauf eingestellt hat. Und auch, wir haben sehr viel Videoanalyse dann betrieben. Das ist auch seine Aufgabe. Und da haben wir uns dann ideal einstellen können dann auf die Gegner. Der Vater des Erfolgs, Milan Wunjak. Mit Mislav Krikic, Uwe, habt ihr ja auch einen super Transfer im Sommer gelandet. Wir waren ja auch im Spätherbst schon hier zu Besuch und haben uns mit ihm ein bisschen unterhalten über seinen Werdegang. Und wie er sich auch in Linz hier wohlfühlt. Welchen Stellenwert hat Mislav Krikic deiner Meinung nach in diesem Team? Inwiefern konnte er auch den Rückraum aufwerten? Mislav hat eine überragende Qualität als Handball. Also das haben wir vom ersten Tag gesehen, wo er in Linz war, dass der eine Dynamik hat, die wirklich ganz speziell ist. Also einen Zug zum Tor, Sprungkraft, Athletik. Also da sind so viele Komponenten, wo ich sage, das ist für österreichische Verhältnisse in unserer Liga wirklich richtig gut. Also ich glaube auch, dass der international da mithalten kann mit der Spitze. Und von daher sind wir super happy, dass wir so einen Spieler haben, der nur dazu sehr klar im Kopf ist und genau weiß, was er will. Und ja, echt Top-Transfer. Wie lange hat es gedauert, um einen Mislav Krikic zu integrieren? Aufgrund seiner erfolgreichen Auftritte fällt es dann vielleicht auch leichter. Aber beschreibe ihn vielleicht mal als Mannschaftskollege. Ich glaube, er hat in der Liga seine Integration quasi selbst erzwungen gewissermaßen. Nein, er hat von Anfang an sich nicht in den Vordergrund gedrückt. Der Milan hat immer die ersten Spiele immer so als Jolly Joker oder auch in der Finalserie als Jolly Joker aufgehoben. Wobei er dann relativ schnell nach fünf bis zehn Minuten in den meisten Spielen sofort gekommen ist. Und es ist super mit ihm zu spielen. Man kann gut mit ihm reden. Es ist so ein Geben und Nehmen, wie es auch sein soll. Und wir waren es ja am Anfang nicht sicher, nachdem wir erfahren haben, Alex Herrmann hört auf. Unser damaliger Starspieler, muss man sagen. Aber der hat das, wenn, also mindestens 100 Prozent übernommen seine Rolle. Also Hut ab, wirklich. Mit Mislav Krikic ist vor allem in der Finalserie auch Flo Kuyper in Spiel zwei und Spiel drei besonders hervorgestochen. Er hat vielleicht auch das interne Duell der Nationaltorhüter gegenüber Konstem Östler ein bisschen für sich entscheiden können. Welchen Faktor hat er auch gespielt, nachdem er wieder zurückgekommen ist? Ja, der Flo ist sicher einer der besten Torhüter, die wir in Österreich haben. Also über das braucht man nicht diskutieren. Er hat dann im Herbst trotzdem noch immer mit dem Knie immer wieder kleine Problemchen gehabt. Und ich glaube, für den Flo war es extrem wichtig, dass er da operiert worden ist am Meniskus. Dass er dann das hundertprozentige Vertrauen in sein Knie gefunden hat. Und das war dann in der Finalserie, ab dem Viertelfinale, wo er das dann wirklich auf hohem Niveau wieder gespielt hat. Und natürlich auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass das alles so funktioniert. Und ja, von daher super happy auch, dass der Flo in Linz ist. Eine Personalie wollen wir noch von dir, Moritz, beschrieben haben. Christian Kieslinger, Karriereende. Ich glaube, mit seinem Pokal das Ganze abzurunden, ist das schönste Geschenk, was man sich selbst machen kann. Wie hast du ihn erlebt in der Finalserie? Ich glaube, im letzten Spiel hat er auch zehn Tore beigesteuert. Hat, glaube ich, die Höchstform dann auch noch gezeigt. Wie emotional war es auch aus deiner Sicht für ihn nach diesem Titel? Ich muss bei diesem Teil ein bisschen länger ausholen, weil ich kenne Kiesi schon, oder er mich, seitdem ich so bin. Weil er mit meinem Bruder schon zusammengespielt hat in der Jugend. Und er hat mich damals auf den Schultern getragen und jetzt habe ich versucht, das ein bisschen umzudrehen. Nein, er hat uns dann auch im Finale und in der Finalserie als Kapitän wirklich dorthin geführt, wo er uns hinführen muss. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Märchen, als mit einem Meistertitel aufzuhören. Und das hat sich der Kiesi einfach so dermaßen verdient. Er ist so ein guter Charakter. Und es tut aber eigentlich im Herzen weh für alle bei uns, dass der Kiesi aufhören wird. Also wirklich, nächstes Jahr wird er uns total fehlen. Auch wenn ich überzeugt bin davon, dass der Elmer seine Rolle, glaube ich, zu 100% übernehmen wird. Aber so ein Spieler wie der Kiesi, der wird uns abgehen. Christian Kieslinger wird neben Nikolas Ballensteiner auch in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Jetzt wollen wir natürlich auch vom Manager wissen, wie die sportliche Perspektive vielleicht für das nächste Jahr aussieht. Jetzt waren wir im Finale, jetzt ist man Champion in der HLA-Meisterliga. Hängen die Trauben jetzt höher in Linz? Die Trauben hängen nicht höher, glaube ich. Also wir werden auch sicher nächstes Jahr nicht der Top-Favorit sein. Dass wir, glaube ich, eine Mannschaft haben, die jeden schlagen kann, haben wir jetzt bewiesen. Und wir schauen, dass wir nächstes Jahr auch wieder schlagkräftige Truppe benannt haben. Es wird sicher nicht der große Umbruch wie vor einem Jahr sein, wo wir trotzdem sehr viele Abgänge hatten oder Karriere enden. Und von daher bin ich guten Mutes, dass es nächstes Jahr wieder schwierig sein wird, gegen uns zu spielen. Aber wir werden nicht der Top-Favorit sein. Diese positiven Leistungen, vor allem dieser Meistertitel, heißt natürlich auch, dass Aleš Pajović bei der Finalserie mit dabei war. Gab es vielleicht auch persönlichen Kontakt mit ihm im Rahmen dieser Finalserie? Kann man sich jetzt vorstellen, dass neben Flo Kuyper noch weitere Linzer, sprich auch du, möglicherweise bald im Aufgebot stehen könnten? Natürlich bekommt man die Glückwünsche auch vom Nationalteam-Trainer. Wie die Kaderplanung ausschaut, ist ganz seine Sache oder die Sache des ÖHBs. Es wäre natürlich eine bombastische Ehre für mich und auch, ich glaube, ich kann im Rahmen der ganzen Mannschaft sprechen, wenn man das Nationalteam einberufen wird. Nichtsdestotrotz ist es nicht unsere Entscheidung. Und für mich ist es schön, sich trotzdem so auf dem Silber-Tablo präsentieren zu können. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Zum Abschluss kommen wir noch zur Europameisterschaft im Fußball, die unmittelbar bevorsteht. Ich glaube, auch Handballer sind ein bisschen Fußballer-Fin, gabeln ganz gerne zum Aufwärmen. Auch ein bisschen die Leistungen, die wir zuletzt gezeigt haben. Ich glaube, es waren sieben Siege in der Serie, jetzt ein Unentschieden gegen die Schweiz. Lässt es auf was hoffen, Uwe? Ja, ich hoffe einfach, dass wir da einen super Sommer haben werden mit unserer österreichischen Nationalmannschaft. Also die Vorzeichen sind so gut wie lange nicht. Und der Ralf Rangnick macht einen überragenden Job mit seinen ganzen Spielern und mit seinem Stuff. Und von daher freue ich mich, wenn ich dann bei einer Grillparty mir das erste Spiel gegen Frankreich anschauen kann. Wie wirst du die Europameisterschaftsphase verbringen? Welchen Stellenwert hat vielleicht auch das passive Fußballschauen? Wie der Uwe gesagt hat, für uns ist das so Ausgleichssport, den wir von der Weite betrachten. Es ist schön, dass wir jetzt auch Saisonpause haben. Umso mehr kann man das dann mitfiebern und natürlich umso mehr drückt man dann auch den Fußballkollegen die Daumen. Also man sieht, Österreich hält geschlossen zusammen, um auch den Kickern dann in den kommenden Wochen die Daumen zu drücken. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt, Uwe und Moritz. Besten Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, ja. Das war also der letzte exklusive Einblick aus dieser Saison. Handball, das Magazin, wird somit vorübergehend geschlossen. Aber wir melden uns dann auch wieder Mitte bis Ende August bei Ihnen zurück. Jeden Dienstag um 18.25 Uhr. Es hat mir besonderen Spaß gemacht, Sie durch diese Sendungen zu führen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bis im Herbst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bis im Herbst.